Einen wunderschönen guten Morgen ihr Lieben und herzlich Willkommen mal wieder zu einem Live-Football. Also ich nehme euch live zum Einkaufen mit, denn der Vlog heute, der online kam, war ein bisschen kurz. Deswegen nehme ich euch mit zum Einkaufen und ich weiß, dass ihr euch freut. Wir fahren zu Kaufland mit dem Roy zusammen, der kommt gleich runter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim mit uns Einkaufen. Es ist leicht, als wenn ich auf Deutsch lauere. Klug auf jeder Sprache. Feinlich. Was war das? Rumänisch oder was? Das war Russisch. Ich dachte Rumänisch. Nein. Oh, da steckt eine Flasche. So, wir sind angekommen. Es gibt ganz, ganz viele Erdbeeren. Alle sind ein bisschen manschig hier. Ganz 50 Paletten mit denen. Da haben sie alle ein bisschen gemanscht, kann das sein? Hier. Zerquetscht. Ja. Aber nicht schön. Da vorne stehen auch welche. Ja, das sind die für zwei Runden. So, Äpfel. Dann machen wir mal diese. Gelb-Grün. Nektarine. Ah, hier unten. 2,50. Das ist okay, ne? Gehen wir mal mit. Die letzten waren richtig saftig. Ja. 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 Wenn sie an der Hand läuft, ist ja okay. So, was ist hier? 4 Euro. 4 Euro. Konischmelone. Galliam. Das ist lecker, ja? Da hast du recht. Hm. Das ist aber kein gutes Angebot, oder? Achso, das ist erst ab morgen. Ja. Na, was nehmen wir mit? Ein bisschen. Zucchini wollte ich mitnehmen. Bohnen? Bohnenbreit. Das sind doch Bohnenbreit. Das sind doch Bohnenbreit. Das sind die Bruchbohnen. Ja. Können wir das doch mitnehmen, oder nicht? Oder? Bohnenbreit. Steht das nicht drauf? Ne, breit nicht, aber das ist doch breit. Gibt es hier nicht so einen Scanner? Ne. Gibt es vom Globus, kann ich schon sagen. Ja, das ist mal praktisch, gell? Warte, Zucchini wollte ich mitnehmen. Und hier so Kopfsalate. Für heute Abend. Sieht nicht so gut aus. Die sind eigentlich braun schon. Und das geht hier. 1,99 Euro. Hier ist immer so ein Körble mit reduzierten Sachen. Das Papaya, ne? Hat das überhaupt nicht geschmeckt? Schmeckt noch gar nichts. Und da unten eine Spare. Ich bin schon begammelt. Ehh. Ne. Nichts Interessantes. Achso, warte mal. Alles gut. Nichts passiert. Was ist los? Sie stand hinter mir. Ich habe mich gerade umgedreht. Ich habe sie leicht angerempelt. Aber nur ganz leicht. Oh, die habe ich vorhin in der Werbung gesehen. Da dachte ich mir... Oh! Hier. Bitte. Ja gut, die grünen gehen noch. Hab ich die gerade nicht gesehen, oder was? Ne. Lag ganz vorne. Kann man doch noch nehmen, oder nicht? Ja. Stimmt. 1,90 Euro. Bevor sie es wegschmeißen. Ja. Oder? Ja. Dann brauchen wir aber Soße, oder was? Das ist doch schlecht. Scheiße. Was ist? Puh. Ja, dann bleibt doch zu Hause. Dann kann ich einkaufen gehen. Ich habe auch noch nichts gegessen. Wo? Oh, wir haben gar kein Ding mit, Schatz. Wir haben gar kein Ding mit. Ja, jetzt kannst du dich wie gut abschlitzen. Das war bis jetzt in jeder Show angeschafft. Immer beim Einkaufen wird mir schlecht. Ja. Ich habe kein Ding mit dem Schatz. Du brauchst doch kein Ding mit dem Schatz. Du brauchst doch kein Ding mit dem Schatz. Ja. Dann legst du den Kegel zurück. Ja. Leonie will einen Schnulli. Da kommt gerade ein Baby mit einem Schnulli. Ja. Wie sieht das eigentlich ein Schnulli aus? Ja. Können wir mal. Können wir euch ja teilnehmen. Wenn dann herkriegt. Ja. Ja. Hast du zu Hause deinen Schnulli, gell? Ja. Hältst du noch aus, oder? Ja. Aber die kommen aus dem Schatz. Die kommen. Papa! Lecker. Ich muss ein Brot mitnehmen. Papa! Papa ist hier. Komm. Ich gehe mal weiter. Ja. Ja dann nimm. Kannst du mit einer Scheibe geben. Oh, hier ist alles lecker. Guck mal Leonie. So viele Sachen. Alles aufgefüllt. Ja, sieht gut aus. Wie heißt das? Partybrot. Das kann man doch belegen. Das ist ein Sandwich oder sowas mit Fläse. Sie will einfach. Ja, warte. Aber Papa kann sich nicht da treiben. Partybrot nehmen wir jetzt mit hier. Sieht gut aus. Das ist dunkler. Das ist knufflich. Warte ich halt fest. Ist es knufflich? Ja, sehr. Vielleicht fein. Ich will nicht wühlen. Das sieht auch lecker aus hier. Schatz. Döner muss sein. Ja, habe ich auch lange nicht gern. Ich nehme mal diese Schuppe an. Na super. Hallo, das ist ja mein Brot. Milchbrötchen hier. Oh, jetzt kommt wieder das. Noch ein Baby mit Schmuck. Oh, das war alles allein. Alle haben schon die Motoren nicht. Hier gibt es Walnuss-Baguette. Ja, habe ich dir gerade gezeigt. Sieht auch lecker aus. Aber jetzt haben wir die. Das reicht. Soll ich was mit den kleinen? Oder willst du Brötchen gerade? Ja, das wäre cool. Marmalade brauchen wir, gell? Marmalade. 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 Das sagt mein Vater immer. Marmalade. Marmalade. Hier mit Sesam ein Brötchen bitte. Zeig mal die Brötchen. Die kann man empfehlen hier. Die sind richtig geil. Oder hier. Ich finde die hier. Sesam lecker. Ja, diese länglichen gibt es nicht, gell? Ja, die gibt es heute nicht. Die wollte ich eigentlich auch zeigen. Diese Bio. Die sind cool hier. Ich meine, das stimmt. Rätsel, ja. Sie will, glaube ich, noch Rätsel. Die passt sich schon an, dann nimmt die. Fix gleich. Aber du musst dich hinsetzen. Da musst du dich ja beim Wagen setzen, um zu essen. Hier, reinsetzen. Ja. Komm rein, dann kannst du deine Fräse frühstücken. Komm, dann setz dich rein, dann kannst du Fräse essen. Okay? Und ab. So. Oh, guck mal. Bedeutung die Butter, gell? Lecker. Guten Appetit, mein Schatz. Äh, nö, das reicht. Oder vielleicht auch von den süßen Sachen, ne? Was gibt's da? Diese Käsebrötchen sind so lecker. Welche? Die da. Ach, die sind so lecker. Trufenkäse. Nimmst du zwei Stück mit? Das mit der Wurst war nicht lecker, gell? Nein. Ich hab, glaube ich, gar nicht gegessen davon. Ich hab gegessen. Also die Wurst ist irgendwie komisch. Komischen Geschmack. Ja, okay. Reicht. Wir brauchen Marmelade. Erdbeere. Was muss ich? Ja, wie gehört mit mir, gell? Du warst klein. Schweinerei. Die war doch so lecker letztens. Diese Bio. Ja. Gucken wir nochmal mit. Was ist hier? Kuchen. Guck mal, Brownie, Schatz. Ja. Kein Bock auf Kuchen. Guck mal, wie sie aussehen. Ja. Nur ein Stück. Ja. Die sind da selber schon auch ziemlich gut. Ich weiß doch. So, wir haben jetzt Nudeln. Achso, ich wollte immer Mett mitnehmen. Mett. 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 Oh. Achso. 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 Lecker? Leonie hat wieder eine Bursche bekommen, gell? Ja, ganz vorne. Aber heute Rätseln zum Aufbacken. Oh, diese Torte von Bibi und Tina sieht voll lecker aus. Okay? Geht die lecker aus, die Torte? Geht die lecker aus, die Torte? Geht die zu deinem Geburtstag kaufen? Mhh. Jam, jam. Perfekt auf das Brot passen. Die Schweinebauchscheiben. Schweinebauchscheiben. Okay. Aber wir müssen halt Brot drauf nehmen. Ja. Ja, Belkin kann man mitnehmen. Das ist wahnsinnig gut. Ein Frühstück mit Ei. Knoblauchsoße. Was denn? Was harst da? Edelsarame, Kopfschinken und Prosciutto. Also was da auch gesagt. Das ist nicht der Playboy. Der kommt am Donnerstag. Genau so unnötig. Hallo, Ruhe. Was ist das? Kappik. Kappik. Kappik, genau. Hast du recht. Ich zeig euch mal die Wurst, die so lecker war. Hier bei den vegetarischen Sachen. Moment. Gibt's die überhaupt noch? Ich sehe die gar nicht. Au! Schrummschlag. Aua gemacht, gell? Gibt's gar nicht. Ausgekauft. Ah ja. Da. Da war sie. Ausgekauft. Schade. Ich hab euch grad nicht zugehört, warte. Ah ja. Wacken. Der ist von 3600 plus. Guck mal. Ich hab Glück. 1,50. Wow. Diese leckeren Schicken. Kannst du mit Quartkartoffeln essen? Ne. Das schmeckt lecker. So. Was ist das? Pasta. Lauter gesunde Sachen. Ne. Das war's. Das reicht. Ja. Ja. So. Also ich würde sagen, den Rest seht ihr dann beim Roy im Food Haul. Da verlinke ich euch. Da verlinke ich euch den Kanal. Weil ich weiß nicht, ob das Video früher online kommt oder im Food Haul. Danke fürs Zuschauen. Ja. Danke. Böse. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ein Abo ist kostenlos.